Jahrhundertelang waren die Armenier Vorreiter bei der Verbreitung des Christentums. Oft wurden ihre Missionare auch von europäischen Völkern heilig gesprochen. Die kirchliche Historiografie erlaubt die Schlussfolgerung, dass die armenische christliche Missionierung im Westen sogar noch vor der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion in Armenien begonnen hatte. Aufgrund zahlreicher historischer Zeugnisse in Florenz und nach einer uns bekannten Überlieferung verkündet der aus Armenien stammende heilige Minas mit einigen Gleichgesinnten die neue Religion, die christliche Lehre in der Region Toskana, weshalb er eingekerkert wird, viele Qualen ertragen muss und am 25. Oktober des Jahres 250 am Ufer des Flusses Arno enthauptet wird. Er wurde martyrizzato, samminiato martyre Armeno, di nome negli antichi documenti di Minas. Minas. Er wurde santificato, canonizzato, dalla voce di tutto il popolo, perché col suo ardore e con la sua grande fede aveva trasformato questa città, piccola città romana, ma soprattutto le campagne della Toscana in regioni di fervida fede cristiana universale. Perciò ogni anno noi veneriamo, preghiamo, ricordiamo questo santo martyre che è venuto dall'Armenia e ha portato la fede nell'Italia, nell'Europa. Una delle Kirche in Florence trage den Namen des Missionars, den die Einheimischen in San Minato umbenannt haben. Die ersten Erwähnungen der Kirche reichen bis ins Jahr 783 zurück. Im Jahr 1018 lässt der Erzbischof von Florenz, Ilde Brando, an der Stelle der Kapelle eine neue Basilika errichten. Während der Bauarbeiten wurden im Fundament der Kapelle Reliquien von San Minato entdeckt. Über dem Hauptaltar der Kirche haben die dankbaren Florentiner in goldenen Buchstaben folgende Aufschrift angebracht. Heiliger Minas, armenischer König. Bis heute wird der 25. Oktober jedes Jahr als Gedenktag des Patrons der Stadt San Minato gefeiert. Allein in Italien gibt es etwa 20 heilige armenischer Herkunft. Musik August 20, geshegelt. Untertitelung des ZDF, 2020